Wo trinkt? Ja, der steht hier schon seit 10 Minuten. Der war mal eiskalt. Ja, war. Vor allem die ersten 30 Sekunden sind einfach nur Pausenbildschumpf. Geil. So. Jetzt sprach. Manamana. Das war nicht viel. Aber es müsste für die restliche Rüstung nicht reichen. Toll. Das sind die Schuhe. Die sehen aus wie Hausschuhe. Das sind Hausschuhe. Jetzt brauche ich noch die Hose. Das heißt, ich brauche noch 2, 4, 5. Das sind 5, 10, 20, so eine Dinger. Das sind, oh Gott, 50 Stück reichen. Hoffe ich. So. Okay. Ähm. Also Erz haben wir jetzt genug, Pascal. Glaube ich. Nein, wir brauchen mehr Eisen. 10.000 Eisen brauchen wir. 10.000 Eisen. Äh. Ja. Ihr könnt euch gern bei mir was rausholen. Ich habe jetzt mittlerweile 26.214 und da wird definitiv noch was dazu kommen. Was? Wo kommt? Wo kommt das Luftschiff her? Nee, da kommt das nächste Portal drauf. Wohin? Das ist eine gute Frage. Wenn ich es weiß, kann ich es gerne sagen. Achso, na dann. Äh. Hallo. Was hat sich automatisiert? Äh. Was war nicht das? Was? Einfach mal gucken, was da... Und das? Schön, dass das das letzte Gesicht sein wird, das ich gesehen habe. Ja. Der Welt. Ja, gut. Hm. Melvin, hast du deine Maske abgenommen? Nein, ich habe die an. Gut, lass die bitte auf. So schlimm? Ja. Du hast mich nie in Real Life gesehen. Du bist ein kleines, dickes, dickes Moppelchen. Nee. Warte mal, siehst du aus wie... Fängt mit S an? Äh? Ja, Diktator. Achso. Nee. Äh, das habe ich jetzt soweit. Was kommt als nächstes? Äh. Achja. Wofür mache ich eigentlich jetzt nochmal Mana? Für Terra Steel oder sowas? Oder irgendwas? Ja, Terra Steel haben wir doch aber jetzt schon. Dann weiß ich nicht. Okay, im Nether ist nicht viel los. Hab ich das Gefühl. Flieg mal ein bisschen durch die Gegend. Äh, doch. Festung. Da taucht auch schon was auf. Ja, Wolken. Aschewolken. Ja, irgendwann auch, äh, Wofür. Irgendwann Festung. Ach, da ist eine Festung. Ja, ich habe mal, ähm, äh, ich glaube Creative mir das mal angeguckt. Den Nether. Und, ähm, ja, hallo, Leute. Ich mag euch, aber nein, kommt mir nicht zu nahe. Äh, hab mir das mal angeguckt und da hab ich dann das Portal gleich in die Festung reinbekommen. Das ist doch praktisch. Das ist praktisch. Okay, ich habe zwei Endportal drei Frames bekommen. Mhm. Das ist doch super. Draconium Ingotts. Wir haben kein Glas mehr, äh, was kann ich sagen. Erstmal Glas bestellen im Stack. Dr-Draconium Dust, okay. Supreme Apple. Oh nein, ich hab das gechiselt. Melvin, was fällt dir ein? Jetzt musst du den Penis von neuem aufbauen. Oder hast du etwa die Boops weggechiselt? Ne, oder? Äh, sowohl als auch. Ja. Warum krieg ich jetzt auch immer so viel Draconic Zeug hier raus? Weil das Legendary Loot weg sind. Das ist ein Haufen Diamantscheiße auch nebenbei. Schon wieder ein Endportalframe. Ähm, da will wer ins End. Diese miese Lache. Also, ich will hier jetzt keine Namen nennen, ne? Hm, kann man mit Goldblöcken auch ein Beacon anmachen? Ja, geht auch. Okay. Du kannst auch mit Emerald und... Ne, Gold hab ich grad am meisten. Äh, ich frag mich, wer das ist, der unbedingt ein Entbild? Ich auch, ich auch. Also, ich glaub, das ist Tyrox, aber da müssen wir ein bisschen was noch an der Insel bei ihm machen. Hm. Ich glaub, so ne automatische, ich spreng alles in die Luft, äh, fahren, wenn er online kommt. Das kann ich dir bauen. Boah. Äh. Das halt ohne Probleme. Wir haben die Mods für sowas drauf. Du, das kannst du auch in Vanilla bauen. Ne, ich mein, er ist joint in den Server und in dem Moment wird die Bär extra sprengt. Nichtmals, dass er dich bewegen muss. Ich hab jetzt elf Draconic Ingots. Ich weiß, ich kann hier nicht... Was kann ich da mitmachen? Oh, das ist praktisch. Ich weiß es nicht. Overcrowseeds haben wir hier schon. Apropos, ich muss meine Pflanzen wieder füttern. Ja. Ähm. Ist hier was abgebrochen? Bei Ike? Also, ich war jetzt zwei, drei Tage nicht online, aber... Ach so, die schöne Ecke dort. Ja, da... Ja, da wäre Hunger oder... Ja, der Melvin. Wir hatten hier einen Chaos Guardian in der Welt. Ähm. Was, was passiert, wenn ich durch die Südbritania-Tor gehe? Nichts, weil du nicht durchgekannst. Du wirst ein Elf. Du wirst ein Elf. Nicht, du wirst ein Elf? Ja. Ne, könnte sagen, dass du sogar ein Zwölf wirst. Das sieht nicht... Uh, was, wie sieht's mit dem Drölf aus? Ne. Bin ich jetzt ein Drölf? Ne, ich bin nicht mein Elf. Auch? Nein. Äh, wobei ist das egal, äh... Wobei, hab ich das jetzt richtig gesehen? Da hat der dein Charakter graue Haare oder weiße Haare? Ja. Das haben doch die Elfen meist so. Hm. Ja, ja, ich war schon vorher... Ja, wahrscheinlich. Schnell wieder Tarnung anziehen. Ja. Bedeckt aber nicht alles. Ja, aber... Zur Not nimmst du dir hier die Maske und setzt die auf. Welche Maske? Hier bei der Schmelze. Hier bei der Schmelze. Hä? Da, da, wow. Ich bin echt blind. Die Kartoffel-Maske. Die... Letzte Gesicht, was du sehen wirst. Einmal sneaken und rechts klicken. Guck mich mal an. Du musst den Helm abnehmen. Und dann mal F5 drücken. Also die Tarnung ist perfekt. Ja. Mich erkennt keiner mehr so schnell. Vor allem und hier hüpft dein kleiner Bruder rum dazu. Das ist... Das ist... Nein, ich bin Angehöriger einer Sekte und das ist mein Führer. Woah. That escalated quickly. Oh, ja. Habe ich... Habe ich nicht noch so einen gesehen, der mit so einer Maske rumrennt? Ist das auch so ein Angehöriger meiner Sekte? Ich glaube, ich jetzt eröffnet habe. Ja. Äh... Was... Was verehren wir? Äh... Die Kartoffel. Die Kartoffel. Ja, die Kartoffel dafür. Aber wir essen Kartoffeln, Oskar. Ja. Ja, wir essen aber auch nur Kartoffeln. Ja. Sie geben uns Kraft. Ja. Das ist... Es ist das Geschenk unserer... Unseres Gottes. Ja. Dem Kartoffelgott. Und das ist die heilige... Das ist die heilige Kartoffel, äh... Unser... Unser Messia. Genau. Du darfst dich jetzt gleich von mir mal kurz fernhalten, bitte. Vier nach drei... Und Bär, du kommst zu nah. Ich kill dich dann. Noch zwei, drei... Aus Versehen oder mit Absicht? Ich kill dich dann mit Absicht. Was machst du? Okay, hier ist das Problem. Ich bereite etwas vor, was für mich auch ganz stark in die Hose gehen kann, weil ich nicht die Upgradete, äh, Amor habe. So. Also wenn ich dir zu nahe komme, oder eher gesagt deinem Experiment, ähm, dann könnte ich sterben. Äh, dann werden wir beide sterben, weil du nicht dafür ausgerüstet bist. Und wieso werden wir bei... Wieso werden wir beide sterben? Weil du damit das Ding schwerer machst. Oh. Wel... Welches Ding? Das, was ich jetzt gleich beschwören werde. Du willst... ein Vieh beschwören? Was hat mich da gerade angegriffen? Ich nicht. Bestimmt irgendwas, was gerade runterkommt. Nein, es ist... Nein, da ist... Oh! Nein! Nein! Hättest du mir nicht sagen können, dass ich den Angel Ring... Was hättest du uns sagen müssen? Oh, ich wusste nicht, dass es Server halt ist. Sorry. Hilfe? Sorry am Arsch. Ich... das wusste ich halt wirklich nicht. Ich wusste, dass es innerhalb des Gaia... Ich wusste, dass es innerhalb des Gaia-Kampfes... Also, die Person, die drin ist, nicht mehr klappt. Aber das ist... das wusste ich wirklich nicht. Also bei mir ist gar keine An... Oh, jetzt ist eine Anzeige da. Kein Vianossi? Guardian of Gaia. Ja, jetzt... Klatscht das Vieh ansonsten... Ja, ich bin dabei. Du siehst den Schaden, den ich mache. Melvin? Ja. Ja. Wenn mal dein Jetpack funktioniert, oder? Mhm. Gut, bleib mal bitte hier. Wenn das Vieh tot ist, musst du mir mal dein Jetpack bitte geben. Damit ich mein Zeug unten holen kann. Ich geh mir kurz ein paar Blöcke holen. Ja. Haben wir auch noch das Jetpack im Speicher drin? Ja. Na gut, dann nehm ich mir das einfach schnell. Oh fuck. Achso, mein... Komm schon, geh in die zweite Phase. Ach, das ist nur die erste Phase. Äh... Ja, ist ja in der zweiten Phase perfekt. Äh, Rüstung wechseln. Wie, Rüstung wechseln? Ich musste kurz Rüstung wechseln, damit die Rüstung sich reparieren kann. Da ist ein Gockel. Oh! Das hol ich mir dann. Wow, wofür? Du hast doch wahrscheinlich so viele. Äh, Gockels hab ich Gockel nicht mehr. Die hab ich seitens mal gekillt, Alter. So. Jetzt hab ich Angst da vorne. Ab jetzt dürft ihr euch mit dem Ding auch wieder nähern. Ja. Ui. Ja, ohne Rüstung? Ja, okay. Ohne Rüstung ist scheiße. Oh, und die Musik! Der Möde! Echt? Ist der runtergekommen? Oder fliegt der Spiegel noch? Der... Da fliegt gar nicht. Oh, fuck. Ich hab ein Problem. Ja, haben wir jetzt alle ein Problem? Nein, er ist... äh... Die, der despaunt. Äh, Mavic, gibst du mal kurz deinen Chatpack? Dafür kann ich bei mir unten alles holen. Okay, ich werd euch nächstes Mal vorwarnen, wenn ich ein Spawncher Fall echt nicht damit gerechnet hab, dass ihr alle runterfallt. Ja, gut. Äh, Melvin ist nicht gefallen. Ich war auch auf deinem Nether-Wiesel. Ja, selbst eigentlich ist es bei sich zuhause gefallen. Nee, ich war bei euch, ich wollte euch was bringen. Also... Dem Oster. Was wolltest du mir denn bringen? Eine kleine Überraschung. Ich habe Angst. Ich habe fatale Angst. Okay. Das ist nichts Schlimmes. Okay. Das ist so ein richtig vollbepackter... Das war ich jetzt nicht. Ich habe nicht nochmal Gaia gespawnt. Nein, nein, nein. Alles gut. Aber ich gebe nochmal Back ein. Äh... Und ich sterbe sofort. Ähm... Du, warte. Ich bring dein Zeug mit hoch. Ja... Haben wir noch ein Jetpack? Äh... Ich hab... äh... Zwei Jetpacks jetzt hier drin. Melvin und Deins. Nomnomnomnomnom. Es geht doch nichts verloren. Ich habe doch einen Magnetring dabei. So ein richtig vollbepackter... So... Melvin erst einmal... Deins. Jo. So... Und ich brauche eine Kiste. Wo ich dein Zeug reinmachen kann. Stimmt. Ähm... Ist hier was drin? Nein, hier. Hier ist leer. Äh... Das alles war deins. Das... 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 Ich denke mal die Erde dort auch. So... Und... Ja... Das Wichtigste habe ich wieder. Zwei kleine schwäbende Inseln. Die Licht machen. Ich... Ich kann sogar draufstehen. Ja... Also... Pro... Pro Bein eine Insel. Ja... Ja... Das habe ich mir auch so gedacht. Und dann... Dann muss ich ein bisschen breitbeinig dastehen, ne? Ja... Wir sind Kerle. Wir haben immer dicke... No? Weißt Bescheid. Ja... Ja... Deswegen... Gehen immer... Zwei... 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 Inseln. Weg. Oh... Okay... Was brauche ich? What are you doing? Das ist Melvin. Der macht uns kaputt im Kopf. Ey... Der mit seinem sexist... Mit seiner sexistischen Insel. Hä? Ja... Du hast doch vor allem Penis bei dir um der Insel drum. Och ne... Ja... Das bin ich. Ich gebe mir jetzt dafür den Gockel-Clone so. Ich brauche nur ein Stück davon. Klau dir doch den Gockel. Mach's doch einfach. Oh... Und wir haben keine Nether Stars mehr. Ah... Mann! Oh... Wie schrecklich. Keine Nether Stars mehr. Ja... Die habe ich nur halbautomatisiert bisher. Nein! Mein Botania-Buch ist uns heute gefallen. Äh... Du kannst meins haben. Ich habe noch eins. Okay... Eins ist auch schon drin. Mach dein Drama draus. Es ging nicht um das Botania-Buch. Es ging um die Reaktion. Hä? Wo ist das hin? Nein. Jetzt hat er ja keinen Sinn. Äh, du hattest mir doch besser eins gegeben. So gut. Dann crafte ich mir schnell eins. So, fertig. Äh... 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 Nein! Äh... Scheiße! Okay. Merken für alle. Nehmt kein Jetpack und Angering gleichzeitig. Das ist nicht gut. Äh... Der Gockel war gerade behindert. Okay. Lass den Gockel doch behindert sein. Der hat gerade voll den Melvin-Move gemacht. Der hat übelst schnell mit seinen Armen... Äh... Na hier Flügeln geflattert. Als ob der auf Droge... Auf... Auf... Frauengeruch ist. Auf was? Oh, oh, oh. Und warum Melvin-Move? Naja, aber du riechst doch an Frauenunterwäsche. Boah, iiih. Und damit endet die Folge.